aber das ist am lief wieder hat er in den letzten Jahren darf auch so wendet zusammen mit etwas das sich übergeben muss noch haupt wollen wir fragen wie er es fand dass du es einladen folgekopf nur die haben vorhanden ich habe ich habe ich bin die Katze jetzt liegt eine neue Überraschung ja sehr viel mehr konnte was wollen wir der Zoom-Match zu überwältigt die Rüge vor aber auch wollen Tricky Ball und auch nicht da die Zauberhaar Fakten der Leipzig-Kloppe Kappkartner und die Fläger fliegen ab die wollen wir dies ist ein einsatz wie viel zahlen wir denn ich verkaufe dir die an uns sofort verkauft der war ja großartig ok wir müssen die flimmer fliegenlampe öffne die lampe zum beispiel in dunklen höhen um die flimmer fliegen darin zu befreien sie erleuchten deinen weg aber denke daran dass die dampe ohne flimmer fliegen absolut keinen Nutzen hat sagt nur doch der bei ihr 20 Päder verkloppt haben du Päder nein 15 wir haben gefeiert wenn das Wort hat uns ein Name angenommen und die Lagen gekostet wir sehen der Himmelsblut rot alle Dinos sind tot hier ist etwas schönes zum Rest aber ich kann es nicht aufsammeln da wir eine Tasche zu brauchen die 20 Pisser kostet tun wir uns aber erst noch jetzt ist die Frage wo sind flimmer fliegen ich weiß es gar nicht mehr scheiße nicht so gut die Werte finden wir können auch einfach mal versuchen den anderen zu ärgern indem wir einfach mal ohne Lampe also nur mit Lampe ohne flimmer fliege reingehen vielleicht ist es ihm egal ob wir eine flimmer fliege haben vielleicht wir hoffen und wir haben es sehr wo Rutschen Lampe verwenden was soll ich dazu machen zum Glück haben wir absolut viel magische Energie und darauf ich bin ich bin ich bin ich bin nur war die Verwäge völlig unfällig die Mose runter doch ab war und glaube ich entspricht worauf ja die Götter mehr als gut geradezu werdet egal wir haben genau richtig viele bombensporn verraten herrte als bombenpower war alles geplant volle der gekonnt abgerollt und keinen schaden bekommen grandios siehst du diesen Film ja ich so ein er schläft ein schlafener Filz wir sind heute gar nicht mehr die Stärkung ein weiterer Flüttel du musst sechs auf uns finden und die Aufwärter Königin damit zuttern von von Bar okay ich hoffe du kannst mitfällen ich kann nämlich nicht wählen sie waren dass sie auf dem abliegen vielleicht auch brauchen wir Flüttel aber auch die Führung ich habe sie gesehen aber die Märchen ja nicht schön wir wollen die Hälfte und flimmer Flatter Männer komm komm her du lach das Drecks wie Lamm wo ist sie jetzt schlacht er noch irgendwo ich hatte ich höre ich höre ich höre ich höre nicht das Problem eine flimmerfliege grün in die flimmerfliegelampe komm her du warst ich will dich auch noch für 3 wer es gesehen hat der pilz hat nun schon verfolgt danke ich glaube nicht dass ich da runter will oder doch du willst will ich da wirklich runter da unten ist etwas dort ist etwas also dann das ist das verdammte Kacke Fade 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 unser flimmerfliegen Lampe das ist eine tolle Lampe ohne Lampe nur mit Fliege das soll ja ich glaube wir haben da habe ich auch das ziemlich gefällt diese stil jeder muss stil ich habe das tippen das heißt wir haben kaum noch zeit beliebt über flieger schilder musste ein weiterer jetzt am stein der stein auf verschweigen jamper lampe auf grün du na toll sprung die verdammt haben die lampe verschwendet hier kommen die her was wollen wir nur tun ohne pompensport gar nicht das heißt wir gehen zurück und wundern gesporen dass sie ihre gut wer gut wie viele weitere flütteln haben wir wie hoch da Prozent zwei schüttlich heißt es die Begründung mit zählen noch mehr die Art war es jetzt es war ein zweiter wie das so viele Pilze getroffen dieser kurzen Zeit die große kleine dicke dünne seltsame genau wir gucken da ich sehe zuckende schatten das sind sie konnte vom sport 1 2 und 3 so ich hoffe die drei reichen nicht in dem märmisch warten wir noch ein wundchen ja einfach können können eine runde schlafen genau wo sind sie da nein das war nichts das ist von einem schlafen wie lange genauer warum gehen die in drei verschiedene richtungen ich hatte hat nicht vom sport Nummer 1 und zwar genau jetzt nein konnte ich aufsammeln selten warum weil sie Böses und uns nicht machen you fail genau der Bommenspore fail und der Volkskontor und gerollt und an die Leiter ganz gekonnt ach man hört sich alle absolut kennen weh so muss es sein wir gucken uns um und werden vergiftet so wollten wir das haben genau das war Teil unseres Masterplans auf jeden Fall der Masterplan bei Zelda Masterclass nee falsches Selfie das wollen wir Bommenspore genau guck mal du Spore einer Bombe ja und wir haben einen Stein vernichtet warum damit er kleiner wird unglaublich aber wir sterben so langsam hier aus wir haben nicht mehr so viel leben wie man zieht auch ein PDA dann nutzen wir schon die ganze Zeit nur ich hab's gleich gemerkt ist ja unglaublich aber wir brauchen wieder unsere Lampe damit wir die Stelle zwei Millimeter daneben finden können ist das nicht toll ja also gehen wir wieder ein paar Stunden zurück wir haben alles hoch sterben dran ja noch auf und weißer Pilz weißer Flitzpilz wir haben sie ihn töte ihn wir haben ja wir werden getötet wie es aussieht oh Gott ja okay oh Gott oh Gott wir sterben alle das wird zu spannend hier ich halte es kaum aus bitte sag mir drehen, 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 drehen warum ich gerade zurückgegangen bin wenn ich hier Bomben sporen gegeben hätte tja wenn ich das wüsste was in deinem Kopf zuvor geht dann ja manchmal wüsst du dich das auch gerne manchmal wüsst du dich nicht sehr gerne mal ja so in kurz Zeit haben wir noch wir werden ja diesen Supersprung hier wieder mal einsetzen da war ein tolles und hier wie wir machen ja sonst den ganzen Tag nichts anderes und spring deswegen haben wir auch gerade den stein hoch gejagt damit wir vorbei konnten und wie wir das von dem Ziel wir hatten jetzt 3 4 5 anscheinend schon 6 glaube das ist ja ich glaube das war immer 6 genau glaube ich auch und wir glauben ganz gut in der annahme das heißt wir können langsam wieder ab vorne zur Höhle ja was heißt langsam bitte schnell ja mit einer Barrel-Roll Barrel-Roll genau aber wie wir jetzt zurück zur Königin laufen um mir die Pinze zu begeben das zeigen wir nicht wir sehen uns im nächsten paar Zeit vor der Königin Spahnung Spahnung wir sehen uns aber erst direkt vor der Königin ich sag bis dahin ich bin 8 97 und du bist WeHawk AP bis zum nächsten Mal Leute Ciao